Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem Sankt-Michaels-Bund mit Susanne Stolfnig. Heute habe ich das Debüt des jungen deutschen Musikers Max Richard Lessmann mitgebracht. Sein Roman Sylter Welle ist eine melancholische Geschichte über eine besondere Beziehung, die zwischen Enkeln und Großeltern und eine Reise zurück in die Kindheit mit Erinnerungen an schöne, aber auch an schräge und traurige Momente mit zwei Menschen, die Max-Entwicklung ebenso, wenn nicht mehr, geprägt haben als seine Eltern und mit denen er jetzt, vielleicht ein letztes Mal, ein paar Ferientage verbringen wird. Die Handlung. Max ist auf dem Weg nach Sylt zu Oma Lore und Opa Ludwig. Die beiden Senioren haben sich vom Ruhrgebiet an die Nordsee aufgemacht, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Nicht wie früher auf dem Campingplatz, sondern in der Sylter Welle. Einem eher schlechten Apartmentkomplex, der so rein gar nichts vom Schick und Glamour der Insel versprüht. Max könnte sich locker ein Hotel leisten, doch davon will Oma Lore nichts hören. Sie baut ihm ein Bett auf Sofakissen und Badelaken in der Wohnzimmerecke, so als sei er noch der kleine Bub, dem sie Jahr für Jahr die Sommerfrische spendiert hat. Enkel bleibt man für immer. Das spürt der 30-Jährige sofort, als er aus dem Zug steigt und Oma in ihrer typischen lilafarbenen Vliesjacke und mit dem für sie ebenso markanten mürrischen Gesichtsausdruck entdeckt. Als er im Handschuhfach ihres Autos eine Tüte mit süßsaueren Gummiapfelringen findet und den ersten in den Mund steckt, ist er wie der Kind und unter der Fuchtel der Frau, die keine Kuscheloma ist, sondern die unantastbare Herrscherin der Familie, deren harte Schale nicht nur aus einer Schicht besteht. Die Ferientage laufen nach einem Drehbuch ab, das Max im Schlaf kennt. Jede Stunde hat ihre festgelegte Bestimmung, jeder Satz, jede Reaktion ist ihm vertraut. Doch sein Cousin hat ihn gewarnt. Opa Ludwig habe sich verändert, sei noch ein wenig schrulliger als üblich und sehr vergesslich geworden. In Max regt sich die Angst. Die Großeltern könnten nun doch so etwas wie sterblich sein. Max wird in diesem Urlaub mit seinen betagten Großeltern nicht nur seine Kindheitserlebnisse mit ihnen zurückerinnern und über seine Familien nachdenken, sondern sich auch den Dämonen stellen müssen, die ihn seit geraumer Zeit heimsuchen und eine ausgewachsene Depression verursacht haben. Als Oma Lore seine Medikamente entdeckt, hat sie dafür allerdings nur ein verächtliches Schnauben übrig. Krankheiten und Wehwehchen haben in ihrem Weltbild keinen Platz. Zwei Krebserkrankungen hat sie bereits weggesteckt. Auch die zunehmende Demenz ihres Mannes ist für sie nicht der Rede wert. Aber auch für die nach außen hin so taffe Frau halten die Tage mit dem Enkel eine emotionale Erschütterung bereit. Schmunzelfaktor Nimmt man die bloße Beschreibung der Charakterzüge von Oma Lore als Maßstab, könnte man glauben, sie sei eine unnahbare, ja unsympathische Frau. Doch das lässt Max nicht zu. Er würzt seine detaillierte Charakterstudie mit witzigen Anekdoten und Liebe. Sehr viel Liebe für diese Frau, der das Leben nicht viele Rosen geschenkt hat, die jeden Pfennig umdrehen musste, um ihre Kinder großzuziehen und die bereits einen Sohn und eine Tochter verloren hat. Oma Lore zeigt ihre Zuneigung vor allem mit Essen. Wen sie liebt, den füttert sie. Auch den Erwachsenen Max, der in diesem Urlaub noch ein trauriges Geheimnis der Oma und eine weitere Facette ihres Lebens erfahren soll. Kuschelfaktor Ist Oma Lores Liebe und Zuneigung nur in versteckten Gesten und Zwischentönen zu entdecken, so ist Opa Ludwig das genaue Gegenteil. Wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann sind es seine stürmischen, bärigen Umarmungen und seine liebevollen Kose-Worte für den Enkel. Opa Ludwig lebt in seiner eigenen Welt, zieht sich gerne zurück, schreibt in sein Tagebuch und singt für sein Leben gern. Als Flüchtling aus dem Osten hatte er es nach dem Krieg nicht leicht, im Ruhrgebiet Fuß zu fassen. Die Heirat mit seiner großen Liebe Lore musste er sich hart erkämpfen. Ihrem stählernen Willen und ihrer Führung hat er sich stets unterworfen, ohne seine Würde und seinen Humor zu verlieren. Max tut es weh bis ins Mark, den alten Mann nun so vergesslich und hilflos zu erleben, aber in einer rührenden Szene kann er ihm etwas von der Liebe, die er erfahren hat, zurückgeben. Fazit Sylterwelle ist eine liebevolle, zu Herzen gehende Hommage eines Mannes an seine Großeltern und der Beginn eines Abschiednehmens von zwei Menschen, die sein Leben bisher begleitet haben. Gute und auch dramatische Erinnerungen verbinden ihn mit Lore und Ludwig. Von ihnen lässt Max Richard Lesmann seinen gleichnamigen Protagonisten kurzweilig und amüsant erzählen und man muss wohl nicht lange über den autobiografischen Hintergrund des Romans spekulieren. Mir hat das Buch ein großes Lesevergnügen bereitet und mich auch dankbar und mit Wehmut an meine eigenen Großeltern zurückdenken lassen. Der Autor Der 30-jährige Max Richard Lesmann ist wie sein Protagonist ein Küstenkind und hat bisher als Musiker von sich reden gemacht. Er war Sänger in der Band Vierkant-Tretlager 2017 erschien sein Solo-Album Liebe in Zeiten der Follower. So lautet auch der Titel seines 2022 erschienenen Lyrikbandes mit Gedichten, die er zuvor bereits auf Instagram gepostet hatte. Lesmann textet auch für andere deutschsprachige Musiker und betreibt mit seiner Frau Leni den Podcast Was würden die Lesmanns tun? Fakten zum Buch Der Inselroman Sylter Welle von Max Richard Lesmann ist mit seinen 220 Seiten ein prima Lesevergnügen für einen entspannten Ferientag. Er erscheint im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Zum Preis von 22 Euro können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de Ein Buch Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund im Köln bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal .